Hallo zu Hunderwitt, mein Name ist Claudio Schiesel, das ist August Peter Zurg und wir begrüßen euch zu Folge 200. Jetzt wird es euch fragen, warum 200? Wir hatten ja schon mehr als 200 Folgen. Das ist richtig, aber trotzdem ist das unsere Jubiläumsfolge, weil heute haben wir wen zu Gast? Peter Filsmeier. Und was hat er hier gemacht im Presseclub? Mit einer knackigen, launigen, chirurgischen Präzision ist er alle Frontpeople aller quasi jetzt in der Wahl beteiligten und relevanten Parteien durchgegangen, hat die Parteien seziert, hat ihre Stories und ihre medialen Auftritte und Planungen seziert. Es war wirklich ein Genuss. Es war das eine, eine Mischung aus lustig, aus Kabarett und teilweise, was soll ich sagen, irritierend, wenn man auch von ihm erfahren hat, was alles immer auch an Trivalität dahinter steckt. Und was Peter Filsmeier auf die Frage gesagt hat, ob Maschek seine Skripten schreibt, das seht ihr jetzt. Und jetzt, ich sage danke für die Treue und ich glaube, der Presseclub ist ein würdiger und rechter Ort für die 200. Folge, oder? In diesem Sinne wünsche ich nicht nur dem Projekt alles Gute, sondern auch dem Kapo Claudio Schiesel. Und ich bin mir sicher, er wird es schaffen, hier auch zur Folge 300 einen zügigen Weg zu finden. Dankeschön und danke für deine Unterstützung, die letzten 200 Folgen. Und auch Werner Kogler war unter den vielen Umweltpolitikern und Gründern in den letzten Jahren ja nicht derjenige, der zwangsläufig an erster Stelle stand. Wo er aber an erster Stelle stand, das war die Partie bei Adria Bank beim Thema Kontrolle, der mit Geld und damit auch öffentlichem Geld unseriös umgegangen wird. Seit den Debatten und Spenden an einem Christoph Korhel in Wien nahestehenden Verein war es vielleicht ein Glück im Unglück, dass das Kontrollthema nicht das einzige Thema der Grünen war. Aber es war vor allem eben keine selbst- und alleinerzählte Umweltgeschichte, nur ein gutes Thema zu eröffnen. Die NEOS hätten gute Geschichten vorbereitet gehabt, nämlich Wirtschaft und Bildung. Da glitzekleine Haken dabei, sie wollten über Wirtschaft und Bildung sprechen. Das hat man gemerkt, dass Beate Meindl-Reisinger fast schon mit umweltfeindlichen, quietschenden Reifen immer Kinder, Kinder, Kinder in die Diskussionen eingebracht hat. Nur alle anderen haben über etwas anders geredet, nämlich beispielsweise über Umwelt, eben auch über Parteienfinanzierung, wenn auch weniger als 2017 über Zuwanderung. Und bei der Liste Pilz musste man sich zuerst einmal finden, dass man überhaupt eine Liste ist, weil nicht einmal die eigenen Leute haben ja die Unterstützungserklärungen abgegeben. Also da war das Geschichtenerzählen am Anfang inexistent. Dann natürlich der Versuch, das Image von Peter Pilz als Kontrolleur zu bedienen. Nur entgegen seiner Eigeninterpretation hatte er nicht die rauchende Pistole als wirklich von ihm selbst aufgedeckten Skandal in der Hand. Ja, es gab speziell im Parteienfinanzierungsbereich viele Aspekte, wo die größeren Parteien sehr angriffbar waren. Aber es war nicht Peter Pilz der ursächliche Aufdecker. Die Erklärung liegt, glaube ich, wie eingangs gesagt auf der Hand. Alle Parteien waren durch die Dramatik der Ereignisse ab Mitte Mai und dann auch noch im Juni überrumpelt. Herr Professor Pilzmeier, aus Sicht der Meinungsforschung ist die Wahl am Sonntag geschlagen. Jetzt frage ich Sie als Politikwissenschaftler, als Kommunikationsexperten, ist das wirklich so? Ich kann mich nur auf die öffentlich zugänglichen Umfragewarten, im Wesentlichen in Zeitungen und in manchen Fernsehsendern beziehen. Ich möchte da ausdrücklich betonen, dass in den letzten Jahren aus meiner Sicht als Politikwissenschaftler ein sehr, sehr positiver Qualitätssprung stattgefunden hat. Beispielsweise, dass es kaum noch Umfragen gibt mit weniger als 800 Befragten. Sehr oft im vierstelligen Bereich, also weit über 1000 Befragte. Man verzichtet auf reine Online-Umfragen, was bei der Wahlforschung sehr unseriös war, weil die mit Abstand größte Wählergruppe bis zu ein Drittel über 60 Jahre oder in Pension ist. Und daher erwische ich keine typische Stichprobe mit einer reinen Online-Umfrage und so weiter und so fort. Nach diesen öffentlich zugänglichen Daten ist die ÖVP auf dem ersten Platz, auch jenseits aller sogenannten Schwankungsbreiten, die in Wahrheit Konfidenzintervalle sind, wo wir Wissenschaftler uns immer wundern, wie der Ausdruck Schwankungsbreite zustande gekommen ist. Das ist eher etwas, was man mit Alkoholeinfluss oder dem samstäglichen Heimweg von Wirten vielleicht in Verbindung bringt, die Schwankungsbreite, weil man den ganzen Gehsteig braucht. Wie auch immer, da wäre alles andere als ein erster Platz für die ÖVP nicht nur eine Überraschung, sondern ein Riesenproblem für die Meinungsforschung. Entgegen allen Verlautbarungen, die dann eher sich in der Schlagzeile wiedergefunden haben und nicht von Meinungsforschung behauptet worden ist, über die Platzreihenfolge zweiter, dritter nichts auszusagen. SPÖ und FPÖ sind innerhalb der Schwankungsbreite und auch Grüne und NEOS sind letztlich noch innerhalb der Schwankungsbreite. Die Liste Pilz wäre außerhalb der Schwankungsbreite. Gestatten Sie mir bei einem etwas längeren Pressetermin als die Soundbites im Fernsehen eine kleine Methodikvorlesung. Es ist oft Halbwissen, das kommuniziert wird. Zum Beispiel bei 800 Befragten, und das ist die jetzt übliche Mindestzahl, wird gesagt, die maximale Schwankungsbreite sei plus minus 4,5 Prozent. Nun gut, es ist rechnerisch 4,4 Prozent, aber der eine Zehntel Prozentpunkt der Rundungsfehler sei geschenkt. Es geht um etwas anderes. Maximale Schwankungsbreite heißt, das ist die größtmögliche Schwankungsbreite bei einer Partei, die prognosemäßig bei exakt 50 Prozent liegt, was keine tut. Je kleiner die Partei wird, desto kleiner wird auch die Schwankungsbreite. Und selbstverständlich war es nichts als im Parteiinteresse verständliche, aber kreative Mathematik der Liste Pilz ab dem Sommer zu argumentieren, wir liegen bei 1 bis 2 Prozent, aber es gibt plus minus 4,5 und mit 6,5 sind wir locker im Nationalrat. Die Schwankungsbreite ist in diesem Fall knapp unter einem Prozent. Allerdings, und das möchte ich schon einschränken, auch bei 800 Befragten, Wenn sich dann circa 70 Prozent als sichere Wähler deklarieren und davon eine Partei, selbst wenn sie 4 Prozent bekommt hat, habe ich eine Zahl von weit unter 20 Befragten. Da würde ich also mit Schlussfolgerungen bei Kleinstparteien schon trotzdem vorsichtig sein. Aber das ist das Umfragebild, das sich ja im Wesentlichen seit Juni ein leichter Verlust der ÖVP, aber auf hohem Niveau nicht viel verändert hat. Die großen Wählerbewegungen, die es gegeben hat, umfragemäßig zu messen, waren im Mai und Juni. Das war einerseits ein Teil der FPÖ-Wähler, der vor allem zur ÖVP ging, nach den Ibis-Ereignissen vielleicht weniger als manche Hurra gleich geglaubt haben, aber dafür gab es keine methodische Grundlage. Und das Zweite war eine Wählerbewegung von der SPÖ zu den Grünen, was einerseits verwunderlich klingt, weil eine Regierungspartei, namentlich der Vizekanzler, liefert diesen Auftritt in Ibis, den ich nur als moralisches Armutszeugnis bezeichnen kann, für einen Politiker. Und die größte Oppositionspartei, SPÖ, gerät in die Krise. Das klingt nicht logisch. Was aber den Wählerabfluss zu den Grünen betrifft, ist das schon wiederum von der Logik her klar begründbar. Erstens durch das Umweltthema. Nur 2017 hat unabhängig davon die SPÖ im Verhältnis 80 zu 1 von den Grünen gewonnen. Also nach unseren Wählerstromanalysen, für einen SPÖ-Wähler, der Richtung Grün wanderte, sind 80 Wähler in die Gegenrichtung hin zur SPÖ gegangen. Der Hauptgrund damals war wieder eine erzählte Geschichte. Nämlich die erzählte Geschichte, es geht um ein Rennen und den ersten Platz. Obwohl auch da Sebastian Kurz mit der ÖVP in Umfragen führte. Und die Botschaft der SPÖ durchaus relativ erfolgreich war, wenn jetzt eine Erstpräferenz die Grünen sind, die wären aber, so können sich die Grünen enttäuschen, sowieso im Nationalrat, willst du nicht vielleicht das Rennen um den ersten Platz beeinflussen? Und auch wenn jetzt die SPÖ nicht eine erste Liebe ist, ist der Kern nicht noch lieber als Kurz oder Strache, was bei einem Grünwähler oder Grünwählerin durchaus verfängt. Das war damals der Grund. Diese Geschichte ist trotz eines aus meiner Sicht unverständlichen Bemühens. 2019 nicht wiederholbar, weil der Umfrage Vorsprung zu groß ist. Warum sich die SPÖ entschieden hat, trotzdem vom ersten Platz als Wahlziel zu sprechen und quasi ein Kanzlerduell auszurufen, kann ich mir nur mit parteiinternen Logiken erklären. Aus der Außensicht hätte ich der SPÖ dringend geraten, eine Underdog-Strategie zu fahren, um auch am Wahlabend ein relativ gutes Ergebnis noch präsentieren zu können. Also zu kommunizieren, wir brauchen jede Stimme von euch, sonst sind wir hinter der Ibiza-FPÖ-Dritter. Ich verstehe aber, dass das parteiintern gefährlich ist, weil stellen Sie sich vor, Sie halten das Erwartungsspiel niedrig in einer Firma und sagen, wir können auch in Konkurs gehen. Das kann die Mitarbeiter zu besonders harter Arbeit motivieren. Es kann aber auch dazu führen, dass sie Absetzbewegungen einleiten. Und die interne Logik muss man auch mal überleben als Spitzenkandidatin in dem Fall. Trotzdem zu viel Wahlarithmetik, zu wenig Inhalte. Es ist eine Brinkschulterpartei, die natürlich die enorme Geschwindigkeit des Medienwahlkampfs mit oberflächlichen Slogans bedienen. Man muss aber schon sagen, für einen inhaltsreichen Wahlkampf braucht es drei. Das erste, die Politiker und die Parteien, die ihre Brinkschuld nicht immer erfüllt haben. Zweitens allerdings, so selbstkritisch muss man hier auch im steirischen Presseclub sein, auch Medien, die sich im Zweifel hat, vor allem für die inhaltliche Geschichte und nicht für den Wahlkampf an sich, wer führt in Umfragen, wer plakatiert, was entscheiden. Wir haben diese Studie logischerweise für dieses Jahr nicht abgeschlossen. Aber aus früheren Studien wissen wir bei einer Inhaltsanalyse aller Zeitungen, Tageszeitungen in Österreich, was sind die Inhalte in den vier Wochen Intensivwahlkampf, die letzten vier Wochen vor dem Wahltag. Da ist mehr als 50 Prozent nur der Wahlkampf an sich und jedes, bisher wirklich jedes Sachthema lag immer unter 10 Prozent. Und zwar nicht etwa als Überschrift, sondern als irgendwo im Artikel auch vorkommen. Ich kann das naturgemäß noch nicht berichten für den jetzigen Wahlkampf, die Berichterstattung ist nicht vorbei, aber es wird wohl nicht viel besser sein. Das soll aber insofern jetzt wieder kein Medienbashing sein, sondern ich wage mich noch weiter vor. Ja, Publikumsbeschimpfung ist eine sehr heikle Sache, wenn man nicht zufällig Peter Hand geheißt. Aber weder die Politiker würden nur oberflächliche Slogans manchmal produzieren, noch die Medien diese vielleicht aufgreifen, wenn nicht das Publikum genau darauf auch anspringt. Wenn das Wähler- und Zuseher- und Leservertreibung wäre, würden ja Politik und Medien damit aufhören. Also auch die Hohlschuld des Wählers, hey, wir wollen das jetzt genauer hören von euch. Das sind gut klingende Überschriften. Keiner von euch ist gegen die Umwelt, für eine illegale Parteifinanzierung, gegen den Wirtschaftsaufschwung, für weniger Arbeitsplätze und gegen leistbares Wohnen. Aber wir wollen ein bisschen die Tauglichkeit eurer Konzepte mehr im Detail argumentiert haben. Das muss schon auch die Wählerschaft mehr einfordern. Sie haben schon etliche Nationalratswahlkämpfe analysiert, kommentiert, beobachtet. Danke für den zarten Hinweis auf mein Alter. Wie würden Sie denn den jetzt zu Ende gehenden klassifizieren? Stichwort zu Beginn des Wahlkampfes ist sozusagen pompös angekündigt worden. Wir würden die Aufdeckung etlicher Skandale miterleben. Das spektakulärste Ereignis war dann der mutmaßliche Hackerangriff auf die ÖVP-Zentrale. Aber ansonsten, die riesigen Sensationen oder Skandale sind ja eigentlich ausgeblüht. Trotzdem war dieser Wahlkampf gekennzeichnet, unabhängig vom Zahlenergebnis in Parteien, dass ein Resultat feststeht, das ist eine Verstärkung des Negativimages der Politik. Und das Dilemma aus politikwissenschaftlicher Sicht, aber auch jener der politischen Bildung ist, das ist nicht die von uns vor mittlerweile vielen Jahren diagnostizierte Politiker- und Parteienverdrossenheit. Das ist auf jeden Fall eine Politikverdrossenheit und leider teilweise auch eine Demokratieverdrossenheit. Das hat begonnen mit dem Wahlkampf Auslöser, wo ja niemand geringer als der Bundespräsident gesagt hat, das wäre ein erschütterndes Sittengemälde der Politik. Der Bundespräsident hat auch gesagt, so sind wir nicht, was er nicht dazu gesagt hat, aber ich ergänze, wir werden aber verdammt lange daran arbeiten müssen, um zu erklären der Wahlbevölkerung, dass wir nicht so sind. Und das liegt daran, dass manches im Wahlkampf kein Megaskandal war, sondern eher ein Ausreizen beispielsweise der noch legalen Grauzonen im Bereich Parteienfinanzierung beispielsweise, einige Skandälchen, aber fast alle Parteien haben sich für die Strategie entschieden, wenn man selbst Erklärungsbedarf hatte von einem vielleicht zumindest ethisch nicht ganz korrekten Verhalten, dadurch abzulenken, dass man gesagt hat, die anderen machen das ja mindestens genauso und wären in Wahrheit noch viel schlimmer. So zerstört man natürlich das Image in der Wirtschaft, würde man sagen, einer Branche oder bei der Parteipolitik das Image der Politik und leider auch der Demokratie. Das hat man speziell immer dann, wenn es ums Geld ging, in Fernsehdiskussionen gemerkt, wo in Pavlovschen Reflexen geradezu kamen, wenn man da nicht sehr transparent Spenden gestückelt hat, wo mir keine natürliche Absicht einfällt, die anders ist, wir wollen nicht, dass wir es alle gleich mitbekommen, wer immer die Idee hatte, dann hätte der andere ja Großspenden gehabt, die auch irgendwie moralisch verurteilt wurden und der Dritte eine Finanzierung über außenstehende Vereine zumindest nicht ausgeschlossen. Wenn ich dieses Ringel rein, nicht nur zu dritt, sondern auch zu viert, zu fünft, mehrere Monate lang spiele, dann ist die Mehrheitsmeinung bestätigt, der Wählerschaft, die überwältigende Mehrheit meint, ja, die sind alle beim Geld so, dass sie es sich richten, wie sie es brauchen und dieses Urteil ist sehr, sehr negativ, unabhängig davon, ob anerkannt wird, das ist innerhalb noch des gesetzlichen Rahmens, sorry, es handelt sich um Gesetze, die von den politischen Parteien beschlossen wurden und wenn beim jetzigen Parteifinanzierungsgesetz nicht alle dabei waren, haben die auch keine Ausrede, weil sie beim Vorhaben, wo vieles übernommen wurde, wie beispielsweise die Sanktionslosigkeit bei Finanzverstößen, sehr wohl dabei waren. Ich versuche Ihnen gleich einmal die erste Prognose zu entlocken, aus dem, was Sie jetzt gesagt haben, heraus vorgehend. Glauben Sie, dass sich das auch auf die Wahlbeteiligung auswirken wird oder wird das nicht spürbar sein? Ob das der Grund ist, kann ich mangels Wahlforschungsdaten vom Wahltag noch nicht sagen. Wir rechnen eher mit einem Rückgang der Wahlbeteiligung, was man aber sollte das Stimmen dazu ergänzen muss, von einem extrem hohen Niveau. Die Wahlbeteiligung zuletzt war knapp über 80 Prozent. Damit sind wir in Europa schon im Spitzenfeld und das muss man noch weiter betonen, dass die Länder, die vor uns sind, zwei Länder mit Wahlpflicht sind, die auch sanktioniert wird, also in Belgien und Luxemburg gibt es jeweils Wahlpflicht. Dort ist die Wahlbeteiligung auch über 90 Prozent, weil sie sonst eine Strafe erhalten, nicht Gefängnis, aber doch eine Geldstrafe, wenn sie sich nicht an der Wahl beteiligen. Unter jenen Ländern, die keine sanktionierte Wahlpflicht, also nicht als totes Recht haben, sind wir sogar europaweit führend. Ich würde sie jetzt schon warnen, wenn der Rückgang dazu führt, dass ein Siebener vorne steht, das überzudramatisieren. Ich vermute aber, das kann ich nur spekulieren, dass Parteien ähnliche Daten haben, weil in den letzten Tagen sich schon die Botschaften sehr wieder an die Stammwähler richten und das ist bei möglicherweise etwas sinkender Wahlbeteiligung naheliegend, weil dann kann ich dort mehr gewinnen und weniger an die Wechselwähler, weil wer gewechselt ist, hat diese Entscheidung schon bei den dramatischen Ereignissen im Mai und Juni getroffen. Aktuelle Zahlen sagen, dass knapp über 70 Prozent sich jetzt als sichere Wähler deklarieren. Dann gibt es noch einen Prozentanteil von wahrscheinlich und vielleicht, wobei die Erfahrungswerte hier sagen, wer sagt vielleicht, den können Sie eher vergessen, dass er noch zur Wahl geht, weil Wählen gilt als sozial erwünschtes Verhalten. Also bevor man sich dann in einer Interviewsituation deklariert, ich bin nicht Wähler und stolz drauf, sagt man, ja, vielleicht gehe ich noch hin. Von dem Wahrscheinlichen können aber natürlich sich manche noch entscheiden, genauso wie einige vermeintlich sichere Wähler dann doch zu Hause bleiben. Aber das ist das momentane Datenbild, muss mich jetzt aber selbst schützen. Es ist ein gängiger Witz, der aber bitter wahr ist, die Wahlbeteiligung ist manchmal noch schwieriger zu prognostizieren, als die Ergebnisprognose es ist. Übrigens, Sie erfahren heute nicht auf die zweite Kommastelle genau, wie es ausgeht. Ich muss Sie enttäuschen. Und warten wir mal ab, was in der letzten Woche noch passiert. Also weniger am Samstag, Sonntag des Wahlwochenhändes, aber bis Elefantenrunde im ORF am Donnerstag und der Folgetag mit der Social-Media-Diskussion darüber, kann sich natürlich noch einiges bewegen. Von den großen Themen, die derzeit auf der Agenda stehen, wurden, so die Wahrnehmung vieler, abgesehen vom Klimaschutz, kaum etwas aufgegriffen. Zum Beispiel die sich eintrübende Konjunktursituation war, wenn überhaupt so am Rande, ein Thema. Worauf deutet das hin? Zunächst zum Datenbefund. Wir stellen nicht die Frage in unserer Wahlforschung, und das machen auch viele internationale Institute nicht, welches Thema halten Sie für wichtig. Das Problem ist, dass Sie unter Umständen für jedes Thema da Werte von 90 Prozent und mehr bekommen. Denn wenn wir es alphabetisch machen, wer sagt schon A wie Arbeitsplätze oder gute Arbeitsplätze seien unwichtig, wer sagt schon B wie Bildung für die eigenen Kinder sei egal. Das muss ich ein paar Buchstaben überspringen, weil das mit C ist schwierig, ein Politikfeld zu finden. Aber G wie Gesundheitspolitik sagt auch niemand, ich mache mir keine Sorgen, wie ist meine Betreuung, wenn ich krank bin. Und das können Sie jetzt mit Z bis Z wie Zuwanderung durchmachen. Das ist unsere Fragestellung, und so macht es auch der Europarometer, was haben Sie in den letzten Tagen oder Wochen am häufigsten diskutiert, privat, im familiären, Freundesumfeld, aber auch beruflich mit Kollegen, beziehungsweise der Europarometer, auf, was sind die großen Herausforderungen. Machen wir nur mit Einfachnennungen. Und da ist seit früher, nicht nur bei uns, in der Tat das Umweltthema auf Platz 1. Fürs Wirtschaftsthema habe ich eine Erklärungshypothese. Noch ist es auf dem Abstraktionsniveau gesamt volkswirtschaftlicher Rechnungen und Prognosen. Das heißt, es hat noch nicht die Ebene erreicht, was heißt das in meinem Alltag, was könnte ich mir dann weniger leisten. Und für diese Wahl wird das auch nicht mehr geschehen, denn sehr späte, komplexe Wirtschaftsereignisse haben dann keinen Einfluss mehr. 2008 sind wenige Tage vor der Wahl die Lehman Brothers gecrashed. Das war der Beginn einer monumentalen Weltwirtschaftskrise. Für die österreichische Wahl 2008 war es ein weitgehend Nullwahlmotiv, weil sie müssen natürlich auch den Zeitrahmen bedenken, wenn jetzt noch ein neues Thema aufkommt, dann muss dieses einmal zum Medienthema werden, dann vom veröffentlichten Thema zum öffentlichen, also im realen Diskurs der Menschen. Und am Ende dieser Zeitkette muss ja nichts Geringeres als eine Verhaltensänderung stehen, dass ich mein Wahlverhalten von Partei A zu B ändere oder vom Nichtwähler zum Wähler werde. Das geht nicht innerhalb von ein, zwei Tagen. Früher hat man als Faustregel gesagt, das würde sogar 10 bis 15 Tage dauern. Im Social-Media-Zeitalter ist natürlich auch das beschleunigt. Aber nicht zufällig habe ich gesagt, alles bis Donnerstag noch. Und das wird dann schon knapp. Aber in den letzten drei Tagen gibt es letztenschlossene Wähler, die auch bis zu 10 Prozent sein können. Allerdings nicht zwischen allen Parteien, die schwanken noch zwischen zwei Parteien. Was spielt für gerade diese Wählergruppe eine besondere Rolle in diesen letzten Tagen? Nicht die Sachthemen. Hier geht es natürlich um die Gefühlsebene, wobei sehr oft Negativgefühle, also Sorge und Angst, vor dann allerdings auch wirtschaftlichen Entwicklungen, hier noch Verhaltensänderungen auslesen können. Weniger das Glücksgefühl wieder heiß entdeckten Liebe zum ebenso heißen Spitzenkandidaten oder Spitzenkandidatin erst in den letzten Tagen, weil die jeweiligen Personen sind nun doch schon ein paar Wochen plakatiert und im Fernsehen omnipräsent. Ja, es ist an der Zeit, dass wir öffnen, die Fragerunde, die Gesprächsrunde, die Debattenrunde. Wer bitte möchte die erste Frage stellen? Bitte, wie gesagt, das Mikrofon zu nehmen. Claudia Giegler, kleine Zeitung. Ich verstehe Sie auch ohne Mikrofon, aber die Leute vor dem Livestream nicht. Mich würde interessieren, du hast schon gesagt, die FPÖ fährt nach Ibiza und die SPÖ hat ein Problem. Jetzt haben wir nach der EU-Wahl uns darüber unterhalten, warum ist das so, dass die Freiheitlichen so einen Statismus-Spruch erfahren haben und gesagt haben, naja, es hat noch zu wenig Land gewirkt und es war dieses jetzt erst Recht-Phänomen und die FPÖ hat sehr effizient offenbar, ohne dass wir es beobachtet hätten, da über Social Media quasi einen Durchhalteaufruf gestartet. Aber was ist es jetzt? Nach diesem langen Wahlkampf, wie beurteilst du das? Warum hat dieser Skandal, der ja nicht nur eine moralische Verfehlung war, wie du gesagt hast, sondern der auch alle Zeichen der Schwalte und in Sicht bericht zumindest, wieso wurde er nicht mehr geträgt? Also wenn die SPÖ ernsthaft die These weiterverfolgt, es hätte nur noch nicht lange genug gewirkt und sie würden schon noch profitieren, man kann sich alles im Leben schönreden, wäre dann meine Antwort. Die SPÖ hat es nicht geschafft, zwei relativ einfache Fragen zu beantworten. Angenommen, sie wären hier nicht lauter unabhängige Journalistinnen und Journalisten, sondern lauter SPÖ-Anhängerinnen und Anhänger, dann würde ich Ihnen in einem Workshop zwei Fragen stellen und dann kritisch hinterfragen, hören sich die Antworten überzeugend an. Frage 1, die FPÖ hat durch Ibiza ein Problem, warum sollte die SPÖ dadurch beliebter sein? Dieser automatische Umkehrschluss, den die SPÖ anzunehmen scheint, ist aus meiner Sicht durch nichts schlüssig begründet. Besonders verwunderlich ist das bei der SPÖ insofern, weil die ÖVP zugunsten der SPÖ 2005-06 den gleichen Fehler gemacht hat. Da hatte durch den Bavag-ÖGB-Skandal unbestritten die SPÖ damals ein Problem. Die ÖVP hat sich aber auch nicht die Mühe gemacht, die Frage zu beantworten, naja, warum sollten deshalb wir beliebter sein? Oder die Dinge, wegen derer man damals unbeliebt war, das waren Pensionserhöhungen beispielsweise bei der ÖVP, die sind ja nicht weg. Diese Frage müssten SPÖ-Politiker zunächst mal besser heimlich vor dem Spiegel üben, glaubhaft beantworten. Und die zweite, etwas detailliertere Frage an die SPÖ von mir wäre, was ist das ganz konkrete Angebot, damit ein FPÖ-Wähler, eine FPÖ-Wählerin, es gibt da deutlich mehr Männer, gerade zur SPÖ wechseln soll? Was versprichst du dir davon? Weil wenn nur das Argument Empörung oder Enttäuschung ist, dann ist es wiederum nicht logisch, warum gerade zur SPÖ die Wählerbewegungen, wie gesagt, die Politikwissenschaft ist ja fein raus, weil sie gewarnt hat vor Schnellschutzprognosen, die FPÖ wird so und so viel verloren. Es waren weniger als erwartet von manchen, aber nichtsdestoweniger ein erkläglicher Anteil. Die haben sich größter als zur ÖVP bewegt und die SPÖ hat nicht wirklich die Frage beantwortet, was ist unser Angebot, speziell an diese Gruppe. Man hat es relativ spät, also die Spitzenkandidatin namentlich im Wahlkampf, finde ich insofern ein bisschen erkannt, dass man auf konkrete Einzelfälle mehr in der Kommunikation umgestellt hat, also Einzelschicksale erzählt hat beim Thema leistbares Wohnen, beim Thema, wie werde ich als Patient betreut, im Krankenhaus oder auch von niedergelassenen Ärzten. Aber warum die SPÖ auf jeden Fall das beste Konzept dafür hat, ist nicht ausreichend versucht oder nicht ausreichend gelungen in der Kommunikation. Schade übrigens, dass die Fernsehdiskussionen schon abgeschlossen sind. Das wäre ein Tipp für Journalisten, diese zwei Fragen der SPÖ zu stellen und dann auch kritisch zu testen. Hören sich die Antworten nach Stehsätzen an oder wirklich nach zündenden Funken? Nämlich aus der Sicht von FPÖ-Wählern und FPÖ-Wählerinnen. Es ist bei Traditionsparteien, das ist über deine Frage hinausreichend, natürlich oft ein Dilemma, dass man sehr stark Wahlkampfkommunikation abstimmt auf die eigenen Funktionäre. Zum Beispiel, wenn die SPÖ heftigst die ÖVP kritisiert, dann kommt das bei vor allem älteren Funktionären der SPÖ gut an, denn die sind über Jahrzehnte, allerdings im vorigen Jahrhundert, sozialisiert worden. Was immer du als roter tust, zunächst mal musst du sprachlich den Schwarzen hauen. Mittlerweile, im 21. Jahrhundert, und zwar im Ganzen, sind die Wählerströme zwischen ÖVP und SPÖ auf Bundesebene, in einzelnen Bundesländern mag es anders sein, sehr gering, aber seit Bruno Kreiskis Zeiten hat in Summe die SPÖ über eine Million Wähler an die FPÖ verloren. Das ist ein bisschen ungerecht als Zählung, weil Wähler natürlich mehrmals hin und her wandern können, dann würden sie in den Wählerstromanalysen, wenn ich das einfach artiere, auch doppelt gezählt, aber verdammt viel bleiben es trotzdem. Und die Signale, die ich sehe von der SPÖ, gehen nicht in Richtung, hey, FPÖ-Wähler, komm zu mir, obwohl es da das größte Potenzial geben würde, zumindest rein rechnerisch. Haben Grüne und NEOS diese Aufgabe besser bewältigt? Teilweise ja, bei manchen Themen gilt natürlich, wie bei der Parteienfinanzierung, die ich mehrfach erwähnt habe, je jünger als Partei und je kleiner, und bei den Grünen zwar auch nicht mehr ganz so jung, aber in den letzten zwei Jahren nicht dabei, da habe ich einen Glaubwürdigkeitsvorsprung. Die größeren Parteien haben versucht, dann immer bei NEOS den Großspender Haselsteiner zu thematisieren, wo man aber dazu sagen muss, das war nicht nur transparent, sondern mehr mit offenem Visier geht nicht. Und das war auch keine Grauzone, sondern tatsächlich der Gesetzeslage entsprechend. Ja, das ist auch eine Frage, die sich die SPÖ stellen muss, wenn wir ohnehin schon an die Grünen wahrscheinlich zurück verlieren, und es nur noch um Schadensbegrenzung geht, wie verhindern wir das jetzt noch? FPÖ direkt zu Grünen sind sehr, sehr wenig, aber andere Regierungsenttäuschte Wähler auch eher zu Grünen oder NEOS gehen. Wobei, es gibt keinen Wählerstrom, der null ist, zwischen Grün und FPÖ sind bei der letzten Nationalratsfall in Summe allerdings ca. 25.000 Stimmen gewandert. Jetzt können Sie sagen, ideologisch muss das ein Zustand geistiger Verwirrung gewesen sein. Nur, Protest hat nicht unbedingt ein ideologisches Etikett, das sage ich bewusst, hier in Graz sitzen. Es gab auch zwischen FPÖ und KPÖ in Graz viele Wechselwähler, weil z.B. sozial Benachteiligte, die einen Protest ausdrücken wollten, den ja nicht ideologisch motiviert bei der Stimmabgabe für manchmal FPÖ und dann KPÖ abgegeben haben, sondern generell als Protest. Die erste Frage wäre, ändert sich etwas in der Wahrnehmung beim Zuschauer, wenn eben der ORF auf diese 15-Minuten-Duelle umschaltet, während ja andere Programme ja nach wie vor eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde oder Duell-Diskussionen anbieten. Und das zweite wäre, mit wie viel Nichtwählern rechnen Sie? Also gibt es da irgendwie so einen Fixwert? Und eine letzte suffisante Frage noch, koordinieren Sie sich neuerdings mit Maschig bezüglich Ihres Skripten? Nein, das tun wir nicht, obwohl ich glaube, ich darf das öffentlich machen. Maschig bekommt einen Kulturpreis in Wien demnächst verliehen und ich wurde eingeladen, die Laudatio zu halten. Das hat mich gefreut. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel ausgeplaudert, aber ich musste leider ablehnen, denn nach der Wahl ist vor der Wahl und nicht nur die Vorarlberger, auch die Steirer meinten, ja, es ist eine gute Idee, möglichst schnell zu wählen. Dadurch kann ich das leider nicht machen. Wenn ich jetzt schon von hinten begonnen habe, dann bleibe ich verkehrt da rum. Sie haben das raffiniert gemacht, gleich drei Fragen in einer. Derzeit ist die unentschlossenen Zahl knapp über 10 Prozent. Wenn die SPÖ-Parteichefin noch von einem Drittel Unentschlossenen gesprochen hat, erschließt sich mir das wissenschaftlich von der Rechnungsvariante nicht. Es sei denn, ich sagte vorher selbst, knapp über 70 Prozent bezeichnen sich als sichere Wähler. Man rechnet einfach alle, die schon sagen, ich gehe sicher nicht wählen, auch dazu. Die sind natürlich rein sprachlich in einem gewissen Sinn unentschlossen, nur wenn sie sichere Nichtwähler sind, kann sie keine Partei mehr gewinnen. Und damit ist dieses Drittel keine Hoffnungszahl, die für irgendeine Partei tauchlich ist, daraus abzuleiten, wie viel könnte ich noch zulegen, abgesehen davon, dass, wie ich schon sagte, jetzt unentschlossen zwischen zwei, vielleicht allerhöchstens drei Parteien schwanken und nicht zwischen allen auf dem Stimmzettel. Also niemand kann einen extrem großen Anteil dann für sich herausholen. Jetzt müssen Sie mir nochmal helfen bei der ersten Frage. Ich hätte doch nicht von hinten begonnen sollen. Die erste Frage war Beeinflussgelenk in der ORF-Duelle. Also ich kann nicht für den ORF sprechen, auch wenn ich als externer Partner mit dem zusammenarbeite. Es gibt aber auch meines Wissens auch keine interne Studie, die diesen Unterschied misst. Es gibt Studien zu den Fernsehdiskussionen an sich, dass diese tendenziell die Wahlbeteiligung höher halten, weniger als sie tatsächlich Wechselwähler ins Laufen bringen. Das ist auch logisch, denn die Frage, wer war besser, ist mit allem Respekt vor den anwesenden Medien natürlich bis zu einem gewissen Grad ein journalistischer Schönheitswettbewerb. Denn wenn ein überzeugter ÖVP-SPÖ, FPÖ-Wähler seinen Frontmann oder Frontfrau besser fand, ändert sich damit genau gar nichts. an der Ergebnisprognose. Und selbst wenn jemand sagt, mein Favorit, meine Favoritin hatte heute zugegeben, einen schlechten Tag, der die andere war besser, wechselte immer noch nicht seine Parteimeinung. Und die Frage, die man eigentlich stellen müsste, egal wie lang noch die Fernsehdiskussionen sind, war nicht nur, wen fanden sie besser, sondern fanden sie x oder y besser, werden sie deshalb seine oder ihre Partei wählen, obwohl sie ansonsten sicher eine andere Partei gewählt hätten oder sicher Nichtwähler gewesen wären. Und das übrigens nicht heute Abend, sondern am Wahlsonntag in ein paar Wochen. Da merken Sie schon, die Fragestellung ist sprachlich kompliziert und das ist auch sehr kompliziert, da große Wählerbewegungen auszulösen. Es geht dann wirklich noch um die Unentschlossenen, auch die, die mit dem Nichtwählerlager noch liebäugeln. Zur Länge sehe ich, also ausdrücklich meine persönliche Meinung, einen ganz praktischen Grund. Dadurch, dass es inzwischen sehr, sehr viele Anbieter von Fernsehdiskussionen gibt, ist die früheren, ich habe auch da schon für den ORF analysiert, Variante, jeden Dienstag und Donnerstag je eine knapp einstündige 50-minütige Diskussion schlicht und einfach programmter, planungstechnisch kaum noch zu machen und auch den Kandidaten und Kandidatinnen körperlich nicht zumutbar. Deshalb bei der EU-Wahl erstmals probiert, dort auch aufgrund eines vor Ibiza vermuteten geringeren Interesses bei EU-Wahlen ist dieses üblicherweise geringer, dieses Speed-Dating in Form von 15 Minuten. Ich kann nur die Quoten zitieren, die da, wie auch bei anderen Sendern, ausgezeichnet sind. Also Wählerinnen und Wähler sind nicht übersättigt, sondern suchen sich eben einzelne Diskussionen aus. Ich glaube auch, dass es zu billig wäre, die These zu vertiefen. Wenn es doppelt so lange ist, ist es automatisch doppelt so sehr Inhalt. So inhaltsreich waren auch nicht alle längeren Spitzenkandidatinnen und Kandidatendiskussionen. Ein, auch als persönliche Anmerkung, muss ich mich entschuldigen, dass ich das in einem Nicht-Wien-Bundesland sage, aber ich mich schon als Problem sehe, die meisten und fast alle dieser Studies, mit Ausnahme jetzt Online-TV von Bundesländer-Zeitungen natürlich, sind in Wien. Das heißt, das betont die Wasserkopflastigkeit des Wahlkampfs noch mehr, weil ein Kandidat, der jetzt erzählen würde, ich bin ja laufend draußen bei den Menschen am Land, da müsste man schon überlegen, ob man das noch als Unwahrheit bezeichnen kann oder nicht schon als bewusst etwas Falsches sagen, weil dann soll sich das noch ausgeben. Ich halte es aber für demokratiepolitisch gut, die vielen Diskussionen, danke an Bruno Kreski und andere aus der damaligen Zeit, die einfach damit begonnen haben, weil das Positive ist, es ist über Ihre Frage hinausgehend, aber ich möchte es betonen, dass auch, wir haben jetzt keinen Amtsinhaber mehr in diesem etwas paradoxen Wahlkampf, aber auch ein Ex-Bundeskanzler oder Chef der größten Partei, mit dem von der Kleinsten diskutiert Sebastian Kurz, nicht so gerne mit Peter Pilz, aber auch mit Vertretern von Kleinparteien, sich stellen muss für Diskussionen und das halte ich für in der Demokratie auch gut und richtig so. Bitte schön. Robin, stopp. Will Sie im Fernsehen analysieren, Sie haben alle belächtig und mit großem Interesse zu? Könnten wir Sie in Zukunft in der Politik auch in einer anderen Rolle, in einer gestalterischen Rolle erleben? Gibt es da noch die Chance? Nein, die Chance. Oder haben Sie schon viele Angebote abgelehnt? Ich habe noch keines erhalten, was für die strategische Intelligenz der Parteipolitik spricht, weil ich würde Nein sagen, aus zwei Gründen, erstens, weil es tatsächlich in meiner persönlichen Lebensplanung nicht vorkommt, zweitens aber auch, weil ich könnte das nicht und das ist sehr respektvoll vor dem Beruf Politikerin, Politiker gemeint, denn ich verstehe von einem wichtigen Qualifikationskriterium politischer Kommunikation und strategischer Kommunikation dort etwas, von vielen anderen in diesem sehr komplexen Berufsbild und guter Politiker, Politikerin zu sein, aber wenig bis nichts. Ich hätte als Politikwissenschaftler mit dem Fachgebiet politische Kommunikation nicht die Fachkompetenz von A wie Arbeitsmarktpolitik bis Z wie Zuwanderungspolitik und jetzt kommen Sie mir nicht mit Beispielen, das hätte dieser oder jener auch nicht, ich hätte schon den Anspruch, mir nicht den schlechtest möglichen herauszusuchen und dann zu sagen, hey, besser als dieser schlechtest mögliche bin ich um einen Hauch dann doch, sondern ich wäre viel ehrgeiziger, zweitens aber auch, wenn Sie in Regierungsfunktion sind, das wird glaube ich unterschätzt, welche Organisation und Managementkompetenz das betrifft, also wenn Sie das Bildungsministerium leiten, wenn Sie die Lehrerinnen und Lehrer mitrechnen, haben Sie ein Personal von weit über 100.000 Menschen zu managen, also das geht in die Kategorie Megakonzern und wenn Sie es im Budget messen, sind Sie für Milliarden verantwortlich, dafür hätte ich als Leiter eines privatwirtschaftlichen Forschungsinstituts, eines kleinen Unternehmens mit fünf bis zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Teilzeit-Uni-Professor genau nichts als Qualifikationskriterium und ich halte deshalb, dass mir dieser Respekt wichtig auszudrücken bei vielen kritischen Punkten, auch nichts vom Pauschal-Bashing, denn wir wollen ja gute Politiker und deshalb sollte man auch anerkennen, wenn etwas gut gemacht wird, dass Wahlkämpfe, ich zitiere den Wiener Bürgermeister, Ex-Bürgermeister Michael Häupl, manchmal die Zeit fokussierter unintelligent sind, ist ein anderes Thema, aber nein, da schließe ich definitiv aus und ich hoffe, Sie brauchen keinen Notariatsakt von mir, sondern Sie lernen es mir einfach. Wolfgang Schalder, Chefdirektor, Moment Sterner. Zur Zeit der letzten Nationalratswahl ist eigentlich erst so die Fridays for Future-Bewegung entstanden, getragen von sehr vielen Erstwählern, muss man sagen, merkt man, oder kann man schon sagen, dass das politische Interesse dadurch auch gestiegen ist oder ist es rein das Interesse der jungen Leute am Thema Klimaschutz? Nein, und nur weil ich an manchen Freitagen dann nicht in der Schule war, beschäftige ich mich nicht so lange mit einem Thema konsequent. Glauben Sie mir, Schülerinnen und Schüler, ich spreche aus Erfahrung, wenn auch vor vielen Jahren, finden auch andere Möglichkeiten, mal der Schule frem zu bleiben, wenn man kreativ ist, da braucht man nicht die Fridays for Future-Bewegung unbedingt. Ja, es ist, das ist ein Ausdruck politischen Interesses, man muss nur, das gilt aber für alle Altersgruppen, ein bisschen aufpassen, wenn man absolute Zahlen positiv hervorstreicht, das sind natürlich zu einem Gutteil solche, die sich für ein anderes politisches Thema auch interessiert hätten, diejenigen, die sowieso schon interessiert sind. Übrigens eine Parallele, Paradox, wenn ich das gerade dem ORF-Chefredakteur sage, aber es ist auch ein Signal, wir sind uns als ORF, ich darf hier wieder sagen, dessens bewusst, die hohen Zuseherquoten bedeuten auch, dass man aus der Gruppe der politisch Interessierten besonders viele erreicht, es gibt leider, und wenn das jetzt 20 Prozent, 25 Prozent oder mehr Nichtwählerinnen und Nichtwähler sind, sind das weit über eine Million, an die man nicht, und zwar konstant nicht, herankommt, und das ist auch das Problem bei den Jugendlichen. Ich darf über die Frage hinaus aber auch noch betonen, Ja, ein Teil der Jugend ist oft politisch mittelmäßig bis mäßig interessiert, es kommt aber nicht nur in der Vergleichung Politikwissenschaft, sondern ich glaube auch journalistisch auf Vergleichsgrößen an. Weder war früher alles besser, die Jugend extrem politisiert, noch ist das bei anderen Altersgruppen anders. Ich kann Ihnen viele Teilgruppen der Bevölkerung mit Wahlforschungsdaten zeigen, die ebenfalls mittelmäßig bis oftmäßig interessiert sind. Da darf man nicht in die Falle tappen, weil es junge Menschen sind, ist das als Medienthema mehr sexy. Das trifft, wie gesagt, für viele Bevölkerungsgruppen leider zu. Herr Dinsberg, mir kommt vor, dass die Mechanismen, die Nutzungsmechanismen des Social Media und der sogenannten konventionellen Medien im Rahmen des Nationalratswahlen und Wahlkampfes doch spürbar anders aufgestellend sind. Das heißt, die Parteien, glaube ich, setzen sich anders ein, setzen andere Mechanismen und Verrate ein. Wie sehen Sie das auf den Vergleich? Und die zweite Frage, wenn es schon passt, weil nach Karl und Wahlendienst wissen, wir haben die Prognosen und die Schwierigkeiten, wir haben ja in der Steiermark auch im Bände Nationalratswahlen und das sind Landtagswahlen. Sie haben auch in der Steiermark Nationalratswahlen. Ich bin jetzt da zu meiner Meinung setzt ja auch die Geschäftsführung des Autoclusters, das sind ja enge zigtausend Leute und das hat ja alles realpolitische Auswirkungen. Wie sehen Sie den Bezug zwischen dieser Nationalratswahl und der wahrscheinlich nicht ganz zufällig im Bände stattfindenden Landratswahl? Also zur letzten Frage, ob es das Motiv war, weiß ich nicht, weil da bedürfte es Methoden, um in das Hinterköpfchen von führenden Landespolitikern hineinzukommen, was ihr Motiv war für die vorgezogenen Nationalratswahlen und ich bin nicht Gehirnchirurg, sondern Politikwissenschaftler und für Einzeltiefeninterviews psychologisch stehen sie uns leider nicht zur Verfügung, um zu sagen, was die strategische geheime Absicht war, aber was objektiv die Faktenlage ist, eine sonst, so oder so und man wusste nicht wie in der Landespolitik, die Landtagswahl entscheidend beeinflussende Rahmenbedingungen erspart man sich höchstwahrscheinlich, das ist, welche bundespolitische Konstellation haben wir, denn ich erachte es für eher unwahrscheinlich, ich weiß es natürlich nicht, aber es würde knapp werden, dass wir schon eine Bundesregierung haben vor der steirischen Landtagswahl, also den möglichen Erklärungsbedarf, welche Regierung immer herauskommt, ich muss es als Landespolitiker meinen Anhängern erklären, den habe ich nicht und das ist deshalb ein wichtiger Aspekt, der vielleicht die Verlockung groß gemacht hat, wenn auch die Motive je nach Partei unterschiedlich waren, früher zu wählen, weil wenn man abfragt, welche Koalitionsvarianten wünschst du dir wirklich, ist eine heikle Fragestellung, weil manche Leute wünschen sich Varianten, die sich nie im Leben methodisch ausgehen, also es macht nicht viel Sinn mit Zahlen, die sich eine EUs-Grün-Koalition wünschen, zu handieren, weil das wird, so weit wage ich mich vor, nicht ganz sicher ausgeben, aber fast jede Variante hat nicht mehr als ein Drittel Zustimmung und da oft noch mehr kann ich damit leben, erst dann werden die Zahlen deutlich größer, das heißt für jede Landtagspartei, aber insbesondere natürlich auch Landeshauptmann-Partei, weil die ÖVP wird mit einer Sicherheitgrenze und der Wahrscheinlichkeit in einer neuen Regierung sein, würde Erklärungsbedarf bestehen, entweder bei eher bürgerlich-liberalen Wählerinnen in Graz oder vielleicht eher bei christlich-konservativen auf dem Land, aber das erspart man sich als Landeshauptmann-Partei und es würde mich nicht verwundern, wenn das auch ein Motiv ist und außerdem in der Wirtschaft würde man sprechen in einer Gewinnrealisation, wenn ich in Umfragen auf einem gesicherten ersten Platz liege, kann es zwar noch ein bisschen besser werden, das würde aber strategisch für die Regierungsbildung in der Steiermark genau gar nichts ändern und warum sollte ich riskieren, dass es schlechter wird, das zu den Vermutungen bei den Social Media, es ist einfach die Professionalisierung weiter vorangeschritten, dass Agenturen sich viel mehr, vor allem auf Seiten der ÖVP war das ein öffentliches Thema, aber generell speziell mit dem Social Media Wahlkampf beschäftigen, das läuft nicht irgendwie so mit, man merkt das aus meiner Sicht auch an der Bereitschaft wirklich Geld auszugeben im Social Media Wahlkampf, bei früheren Generationen von Parteimenschen war oft der Aberglaube, das kostet ja nichts, es ist zwar billiger im Verhältnis zu klassischer Parteiwerbung und noch viel billiger als Fernsehwerbung, die wir in Österreich aber nur teilweise haben, also weil der ORF keine politische Fernsehwerbung sendet, aber das heißt nicht, dass es nichts kostet, jetzt ist man bereit, auch dort nennenswert Geld in die Hand zu nehmen und man hat einen Professionalisierungsschub auch erfahren und das hängt vielleicht mit den neuen Elementen zusammen, die Sie angesprochen haben, dass es besser gelungen ist, das zentral zumindest zu steuern, versuchen, weil an sich ist der Social Media Wahlkampf der Albtraum jedes Spin-Doktors einer Partei, denn die Kommunikationslinie sozusagen in der Hand zu behalten, die Fäden dafür, das gelingt mir im traditionellen Wahlkampf mit meinen Parteifunktionären, weil da kann ich sogar bestimmen, wer ein Interview gibt, traditionellen Medien, in Social Media ist jeder sein Kommunikator und die Aktivisten unter den eigenen Anhängern sind oft das größte Problem einer Partei, weil gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Beispiel die Strategie von selbsternannten Aktivisten ist sehr oft auf alles hinzuhauen, was sich dort sonst noch bewegt, das kann aber auch Solidarisierungseffekte mit Beschimpften auslösen, also genau der Gegenteil des Gewünschten, wenn man sagt, ich hätte dem zwar nicht zugestimmt, aber so geht man auch nicht damit um, also das haben Sie viel besser geschafft unter Kontrolle zu halten, ich glaube, Sie teilen vielleicht meine Erfahrung, es macht es halt mühsam, deshalb tue ich es auch nur mit der Kanz, die keiner kennt, sich in dieser Sphäre zu bewegen, weil die zehnte Auflage des Matches Parteitrolle gegen Parteitrolle ist dann irgendwann einmal von Endenwollent nahm ich es mal. Ich darf Sie bitten um eine kurze Einschätzung der nahen Zukunft. Welche Konstellationen, welches Szenarien erwarten Sie für die Koalitionsverhandlungen? Also ich bin Strategieanalytiker, dass sich die großen 2-2-Varianten, die auch gar nicht mehr so groß sind, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgehen, diese Meinung teile ich, also das heißt ÖVP-FPÖ und ÖVP-SPÖ, da ist es auch egal, welche dieser Mehrheiten theoretisch ein, zwei, drei Mandate mehr hätte. Wenn es noch inhaltliche Übereinstimmung gibt, dann kommt ÖVP-FPÖ, denn wenn man zum Beispiel bei Internet-Tools mit Themenfragen, aber auch einfach die Wahlprogramme ansieht, dann ist die Übereinstimmung rein inhaltlich 80 Prozent plus zwischen ÖVP und FPÖ im Themenbereich. Nur im Vergleich, das sind vier Fünftel, zwischen ÖVP und Grünen ist es circa ein Fünftel. Rein inhaltlich, nicht aus ideologischer Perspektive, nicht Sympathie oder andere emotionale Elemente berücksichtigen, nicht allenfällige, strategische Überlegungen, nicht den Einfluss von Landes- oder Teilorganisationen bedenken. Da ist nur noch die offenbleibende Gretchenfrage, hält Sebastian Kurz die FPÖ für regierungsfähig und will sich neuerlich mit ihr Paaren, rein koalitionspolitisch, gesehen. Bei ÖVP und SPÖ ist diese Übereinstimmung unter 50 Prozent und zwischen den jetzigen Personen muss man kein Psychologe sein, es genügt der Hobby-Psychologen-Status, dass die wechselweise Ablehnung sehr stark ist. Was, glaube ich, zu wenig noch betont wurde, ist, dass Sebastian Kurz als 33-Jähriger politisch zwangsläufig in einer Zeit sozialisiert wurde, als SPÖ und ÖVP damals noch in dieser Reihenfolge nie mehr ein gemeinsames Großprojekt hatten. Das letzte war der EU-Beitritt, den hat er als heute 33-Jähriger zwar schon erlebt, im biologischen Sinne, aber nicht als aktiver Politiker erlebt, das war vor 23 Jahren, also als 10-Jähriger hat er wahrscheinlich noch nicht so parteipolitisch da mitgedacht und auch glaube, dass schon auch daraus dieses Ich habe immer nur erfahren, das ist eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, auch mit wechselweisen Intrigen und Blockadeaktionen Sebastian Kurz geprägt hat. Bei den kleinen Zweier-Koalitionen, aber auch bei der Dreier-Variante ÖVP, Grüne und Neos, lauter, ich hebe es eben was auf, was ich mir extra noch für die Schlussanalyse im ORF aufgehoben hätte nach der Elefantenrunde, was ich kaum noch wo gelesen habe, interessanterweise, man muss bedenken, all diese Varianten hätten keine Mehrheit im Bundesrat. Das ist beim Budgetgesetz und beim Bundesrechnungsabschluss egal, weil da liegt die Gesetzeshoheit ausschließlich beim Nationalrat und bei allen anderen Fällen hat man zwar die Möglichkeit von Beharrungsbeschlüssen, also wenn der Bundesrat dagegen ist, geht das Ganze nochmal an den Nationalrat zurück und der kann mit einfacher Mehrheit sagen, wir wollen das Gesetz trotzdem, nur rein zeitlich ist das bei fünf Jahre lang regieren wollen schon eine Schwierigkeit. Man muss mit sehr großer Vorlaufzeit Gesetze planen. Wir hatten so eine Situation im Jahr 2006, also aufgrund der ÖVP-Wahlniederlagen in den Ländern, ja auch hier in der Steiermark, die ÖVP, zuerst FPÖ und dann BZÖ, Mehrheit im Bundesrat verloren gegangen ist, die mussten für alles, was sie vor dem Wahltermin auch im Herbst erst da durchbringen wollten, das bis Ende März oder spätestens April eingebracht haben, weil dieses Pinkpong-Spiel mit natürlich auch Verzögerungsmöglichkeiten im Bundesrat so lange dauert. Das ist ein Dilemma. Die Zweiervarianten kann ich als sehr unwahrscheinlich bezeichnen. Ich sehe nicht, dass sich ÖVP und NEOS ausgeht, weil wenn die NEOS noch stark zulegen, müssen diese Stimmen ja irgendwo herkommen. NEOS gewinnen relativ wenig von FPÖ und SPÖ, können von den Grünen noch was holen, das wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, dass die Grünen noch implodieren aus irgendeinem Grund, können ein bisschen was von der Liste Bild holen, aber so viele Stimmen sind das nicht und sonst wären Stimmen von der ÖVP, aber dann wird die Koalitionsmehrheit gemeinsam nicht wahrscheinlicher und bei Grünen und ÖVP ist es nach den Daten möglich, nur gebe ich schon zu bedenken, eine Mehrheit, die mit einem oder wenigen Mandaten abgesichert ist, führt dazu, dass Regierungspolitiker fünf Jahre lang nie mehr ruhig schlafen. Stellen Sie sich rein als Typus vor, die Situation im letzten Nationalrat, da waren die Grünen nicht drinnen, aber es gab einen grünen Oberüberläufer zur ÖVP, nämlich Efghani Tömwetz, den die dann wegen Sexismus rausgeschmissen hat. Nun, Efghani Tömwetz ist am 29. September parlamentarische Geschichte, aber der Typus Tömwetz hätte dann die Veto-Keule in der Hand bei jeder einzelnen Abstimmung, wenn diese Mehrheit zwischen ÖVP und Grüne sehr knapp ist. Schwierig, was die Dreiervariante betrifft, neben keine Mehrheit im Bundesrat. Naja, es hat ja einen Grund gegeben, warum die Dreier-Koalitionsverhandlungen dort, Jamaika-Koalition, bei uns, wie als Dirndl-Koalition in Deutschland gescheitert sind. Das war nicht der fehlende gegenseitige Respekt, den hatte man, sondern das war man, inhaltlich ist man nicht auf einen Zweig gekommen und bei jedem Wirtschaftsthema wünsche ich viel Spaß bei den Verhandlungen pink-grün. Eine letzte Abschlussfrage noch? Noch zwei Fragen. Der Unterschied zwischen den Grünen, die gar nicht bringen wollen, und Neos, der mit der erwarteten Prozentzahl und zu jetzt, ist ja enorm hoch. Hat das Peter Bitz oder die Liste jetzt schon vor einem Jahr, wie er damals ausscheiden musste, aufgrund einer von gewissen Vorwürfen und dann ist er jetzt wieder sehr stark aufgetaucht und ich habe es oft gehört am Nebentisch, der hat es notwendig und so weiter, hat er das praktisch vor einem Jahr schon verloren, wie damals er ausgeschieden ist. War das damals schon, weil ich glaube, momentan könnte er machen, was er will. Der hat keine Chance mehr, da gibt es kein Vertrauen mehr an die Zweite. Wäre Hofer Bundespräsident geworden, wäre das letzte Jahr nicht unspannend gewesen, oder? Das stimmt, was wäre wenn, Fragen würden Wissenschaftlern bedingt, aber das hätte allerdings die Konfliktrechtigkeit der Situation egal, sofern muss man sein, wie Norbert Hofer agiert hätte, nochmal potenziert und wahrscheinlich aus einer schwierigen Situation, wo aber, Zitat Alexander von der Bellen, unsere wunderschöne Verfassung, gute Lösungsmöglichkeiten geboten hat, schon noch mehr die krisenhaften Elemente gestärkt. Der umfragemäßige Einbruch von Peter Pilz war in der Tat sehr knapp nach der letzten Nationalratswahl, also auch personenbezogene Sexismus-Folge für gegen ihn als Grund, allerdings auch aufgrund des seltsamen jeder-gegen-jeden-Streits in seiner Partei, wenn man eine Klein- oder Kleinstpartei ist, ist es schon im Namen begründet, sollte man sich noch nicht mehrfach spalten und abspalten und mir ist auch kein Fall bekannt, wo die eigenen Mandatare nicht bereit waren, eine Kandidatur mit einer Unterstützungserklärung zu versehen. Dass man auf die Kandidatur jetzt zurückgreifen hat müssen, kann ich zwar nachvollziehen, ist aber schon ein Paradoxon. Peter Pilz muss sich also auch hinterfragen, nicht nur wegen der personenbezogenen Vorwürfe, sondern hat auch mit seiner Person zu tun, warum habe ich mich mit jedem Weggefährten irgendwann zerstritten und in den letzten Jahren mit besonders vielen und er hat auch ein bisschen nur als One-Track-Pony dieses Kontrolleurs im Match, weil er bringt sich zum Beispiel geschickt in die Medien, aber bürgernah, er ist kompetent, wenn ich über drei Jahrzehnte im Nationalrat war, kann ich zu jedem Thema faktenbasierte etwas sagen, klar, aber schaffte es zu vermitteln, ich verstehe deine Alltagssorgen an deinem Arbeitsplatz, wie es den Kindern in der Schule geht, wie du dich im Krankenhaus oder beim Arzt fühlst, das ist einfach nicht seine Stärke und wie ich schon sagte, den großen von ihm aufgedeckten Kontrolleursfall nicht oder zu vielen auch etwas thematisiert hat, den hat es bisher nicht gegeben, denn der noch offene Fall wird sich vor dem Wahltag wohl kaum noch klären, das ist der Heckangriff auf die ÖVP, wobei mich ja mehr interessiert, neben dem strafrechtlichen Delikt, wenn es ein Heckangriff war, dafür drohen bis zu 300.000 Euro Geldstrafe oder sogar eine Haftstrafe und die soll es dann geben, sondern sind die Dokumente echt oder nicht, nur das wird sich bis zum Wahltag wahrscheinlich sich Journalistinnen und Journalisten leider nicht mehr klären. Wenn es keine drängende Frage mehr gibt? Keine drängende Frage hätte ich schon noch. Moment, Moment. Mit dem Mikrofon, sonst versteht sie online niemand. Und ich beantworte mal irgendwas. Ich verstehe sie schon, aber für sich der Zuseher ist es dann so, auf was antwortet der eigentlich. Was ist der Meinung nach die Einbringung des Misstrauensantrags für die Ausflugung? Auf Sicht der Wählerbewegungen nicht extrem, weil die Bewegung von der FPÖ hin zur ÖVP schon nach Ibiza war und sich ja auch bei der EU-Wahl schon gezeigt hat, weil man dafür das FPÖ-Ergebnis nicht nur mit dem letzten Wahlergebnis, sondern mit den Umfragemöglichkeiten vor Ibiza vergleichen. Die SPÖ hat ihr Image einer, nennen wir es mal vornehm, ungeschickten Dauerkommunikation natürlich verstärkt und es den Grünen leichter zu machen, im EU-Wahl hoch zu bleiben, auch in einem exzellenten Wahlergebnis bei der EU-Wahl. Das liegt allerdings weniger am Misstrauensantrag an sich, sondern an das meiner Sicht seltsamen Begründung. Die FPÖ-Begründung konnte ich nachvollziehen, die gesagt haben, die ÖVP, namentlich Sebastian Kurz, hat unserem Innenminister Herbert Kickl das Mist daran ausgesprochen. Warum erwartet er jetzt, dass wir ihm großartig vertrauen? Das kann man gut oder schlecht finden, je nach politischer Meinung und Parteipräferenz, aber das war eine naheliegende Begründung. Warum die SPÖ noch dazu am Abend einer historischen Wahlniederlage das so gemacht hat und mit einem bizarren Bild zu nächtlicher Stunde und nicht einfach vorher schon gesagt hat, es geht um politisches Vertrauen oder Misstrauen, nicht ob jemand etwas angestellt oder gar verbrochen hat und jemand, der den Zwölf-Stunden-Tag eingeführt hat, um ein typisches SPÖ-Thema herauszugreifen, dem vertrauen wir als sozialdemokratische Partei nicht. Und das hätte man argumentieren können. Zielgruppe wären ja mögliche SPÖ-Wähler gewesen. Das verstehe ich in der Tat nicht und das hat die Krise der SPÖ aus meiner Sicht verfestigt und es ist Sebastian Kurz auch leichter gemacht, sich nicht inhaltlich erklären zu müssen, sondern diese Abfahrungstrategie zu betonen. Eine letzte Frage. Eine ganz kurze. Christian, bei Jumann hat sie wieder eine ganz kurze Frage. Sie meinen ganz freiheitlichen inwieweit noch die Strategie mit zwei Personen aktiv in den Wahlkampf aufzutreten und inwieweit noch das sind mit Kippel und Hofer, wo man weiß, dass der Hofer eher ein Sympathieträger ist und Stimmen da gut und akrieren könnte natürlich auch. Man muss korrekterweise das versuchen so zu beantworten, was wären denn die Alternativstrategien gewesen. Und die alternative, volle Fokussierung auf Norbert Hofer hätte einen parteiinternen Krieg und wahrscheinlich einen turbulenten Parteitag hier in Graz ausgelöst. Einerseits mit Strache-Sympathisanten in der Wiener Landesorganisation. Also ich glaube, behaupten zu dürfen, dass Norbert Hofer alles andere als glücklich war, dass Heinz-Christian Strache im August noch Copyright Peter Vilsmeier als Flipperkugel durch die Medienlandschaft, weil er Serientäter-Interviews gegeben hat, herumgeschossen ist. Aber wenn er das, er hat das für meinen Begriff eh relativ deutlich kritisiert im Sommergespräch, aber noch deutlicher kritisiert hätte, dann hätte er diesen Konflikt mit der Wiener Landesorganisation gehabt, die aber nicht nur am Parteitag, sondern auch für die Stimmen bei der Wahl eine sehr wichtige ist und gleichzeitig auch mit anderen Stammwählerinnen oder zumindest solche, die schon häufiger FPÖ gewählt haben und auch Organisationsteilen dieser Konflikt, wenn er sich von Herbert Kickl besser abgegrenzt hätte. Die Lösung ist schon oft gesagt worden, für die Regierungsbildung sehe ich da wenig Probleme, der Gruppobmann ist in Wahrheit ein machtvollerer Posten als ein Minister, das Besondere am Innenministerium ist nur, dass es dort bewaffnete Einheiten gibt, was im Außerverteidigungsministerium anderswo nicht ist, aber er musste diese internen Logiken auch Hofer bedienen und nur eine Fokussierung auf Kickl hätte zwar Stammwähler mobilisiert, aber der ÖVP wahrscheinlich mehr Wechselwähler beschert, denn gerade ÖVP-Wähler haben einmal schon Hofer gewählt zu einem Teil, ein Teil hat von der Bellen gewählt, ja die bürgerlich-liberalen, aber viele klassisch-konservative haben Neubert Hofer schon einmal gewählt und da wäre diese Zwei-Marken-Strategie wahrscheinlich das Bestmögliche gewesen. Der Nachteil ist das kleinräumige Österreich, nämlich nicht nur geografisch kleinräumig, sondern auch medial sehr kleinräumig. In den USA mit allein 100 Fernsehmärkten und überall dort unzähligen Spatenkanälen kann ich die Zwei-Marken-Strategie fahren, ohne dass es auffällt. Also da sage ich in dem einen Kanal in einem Bundesstaat was ganz anderes als im anderen Kanal im anderen, das wird mir vorgehalten, hat natürlich zu schon seltsamen Szenen geführt, dass am selben Tag Herbert Kickl den Bundespräsidenten Alexander von der Bellen nahezu beschimpft hat und Norbert Hofer ihn am selben Tag in der Zeit im Bild 2 ausdrücklich herzlichst gelobt hat. Das sind sozusagen die Kollateralschäden gewesen dabei, aber nochmals unter den vorhandenen Möglichkeiten sehe ich nicht, dass die FPÖ viel anderes hätte machen können. Ja, danke für Ihr Interesse am heutigen Abend. Danke, Professor Filsmeier, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Analyse-Stunde. Wenn wir sehen, was die letzte Woche vor dieser Nationalratswahl noch bringen wird, sind wir gesagt, Sie werden uns das Ergebnis auf Komma nicht voraussagen. Vielleicht in einem Halbsatz eine kleine Prognose. Wie weit wagen Sie sich noch? Ja, nachdem ich in der Steirnbank bin und die da sehr stark sind, ich muss die steirische KPÖ enttäuschen, die KPÖ wird nicht mehr Erster werden. Vielen herzlichen Dank und schönen Tag. Danke schön. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.